Wahrscheinlich die beiden Elektro Also Raichu und Ding Oh Gott Nee, dein großer Knieballon Oh Gott, gegen solche kleinen Glut-Esser Okay, den, ja, den Lied Der war, glaube ich, relativ erwartbar Ja, klar Ähm, genau Äh, warte mal Nachgucken, was ich's setze, irgendwie Okay, halt genug Ich hoffe einfach mal, dass ich das Diebe-Loot direkt Ohne Skrupe, rausnehme Das macht gar nix Reicht selber auf? Nein, das reicht nicht Man, das ist immer noch nur ein Raichu Oh Gott, Erdbeben Ich kann ja nicht in Gardos reingehen Deswegen bin ich in Biberlo reingegangen Halt mit dem Ding Mit Sprungfeder Wenn ich in Gardos reingehe Ja, gut Vielfach Elektro-Schwäche Ja Und gefühlt halt alles Alles wird halt von Erdbeben getroffen Pipi wäre gegangen, aber der wäre halt auch von Erdbeben getroffen Die Biberlo kann ich halt mit Sprungfeder zum Flugtyp machen War gerade so das einzig sinnvollen tatsächlich Ah, das Ding ist so schnell Okay, scheiße No one, no No one, no No one, no No one, no Ich habe einfach mal, dass ich es auf die richtige Seite gepackt habe Ich habe gedacht wegen Capoeira habe ich mich gerade ein bisschen gewundert Das ist das Wasser-Ding, oder? Ja, ja Das andere spiele ich nicht gerne Ich glaube, dass Dark wird häufiger gespielt als das Wasser tatsächlich Ich weiß nicht, auf wen ich das Ding eingesetzt habe Ja natürlich, auf das Kampfbuch Und ja, was auch sonst Du hast es da angewechselt Ja Ah genau, die Seite hast du nicht gehört Dann gehen wir auf ähm Den? Och ja, warum nicht? A fairy, oh Gott Das ist natürlich das einzige für jeden Mann Ich weiß gar nicht, ob ich auf Speede Ich habe Katapult dran, natürlich Hast du keinen? Hast du das Ding gebandet? Das lieber noch? Nee Nee? Nee Ja, dann auf Speede ich Ja, dann auf Speede ich Und Banned? Au, das ist ja so Banned auf Speede Als wenn es ein Banned hat Es gab nicht, aber Äh, es gab nicht, klar Nicht gebandet, sorry Aber das ist im Grunde eh egal Ja Nee, das Spotlight macht mir relativ egal Aber ich bin halt gewandet Ich bin halt gewandet He he Krass, ich auf Speede doch Ach du meinst, äh, du meinst, ähm, das Ding Ich hab gedacht, du Katapultra Ja, okay, haben wir grad voneinander Ja, also, es gibt jetzt Katapultra Natürlich auf Speede ich Ja, dann haben wir uns grad ein bisschen, äh, ähm, aneinander vorbeigeredet Tatsächlich Ich hab gedacht, du meinst Katapultra Aber du hast dein Ding gemeint Oder Osu Irgendwie, die Was ist Psycho-Feld oder ist es, ähm, Fee-Feld Lief Psycho Psycho-Feld sein Dann weiß ich auf jeden Fall, was ich nicht drücken werde Dann werden wir natürlich keinen Ding drücken, kein Sucker Punch Auch wenn ich so ein Held bin, der auch im Psycho-Feld häufiger mal, ähm, ein Ding einsetzt Na, ich kenn nicht, passiert mir auch Das war Kein Crit Gott Nicht schlecht Danke für den Eis-Sturm übrigens Immer gerne Das war ich gekost Oh, so Oh, ein Spotlight ... ... ... ... ... Guck... Ich glaub Katapultra ist gar nicht mal so stark im Angriff, aber plus 3 ist halt schon nicht wenig. Oh nein, hier ist Spotlight, hier ist Spotlight drüben, nein, ich bin ein Idiot, ich bin ein Idiot. Ne, bist du nicht. Hast du mich auf Pipi eingesetzt? Ich hab gehofft, dass du das rauswechselst. Und dann halt nicht. Oh cool. Natürlich geht's daneben, natürlich, natürlich, war gut, das hätte 30 damage gemacht, wenn nicht. Ah, die Paralyse kann tatsächlich gar nicht mal so verkehrt sein. Weil es natürlich auch Follow Me daneben gehen kann. Oh scheiße, apropos Follow Me, wenn du jetzt Gefollow Me'd hast, ne? Hast du? Hast du Gefollow Me'd? Ich glaub nicht. Hättest du jetzt Gefollow Me'd, hätte ich jetzt verloren? Ne, ich glaube nicht. Ja natürlich, Digga, scheiß drauf. Ach, das reicht trotzdem wahrscheinlich. Ja, das safe ist doch bis 3, okay. Ja. Okay. Weiß nicht wirklich, ob der Crit gemeldet hat. Ich glaub nicht. Ich glaub, der war spielentscheidend. Ja, absolut. Ich glaub, der Psyche fällt jetzt langsamer weg, oder? Ne, das dauert. Ist noch ne Runde. Das ist. Ach Gott, das hier gibt's auch noch. Ah. 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 Wir haben noch eine Runde, ja. Ich spiel grad die letzten Runden nicht wirklich schlau. Ich spiel die letzten Runden grad nicht. Wobei, vielleicht. Hm. Gut, okay. Das kann passieren, aber das Gute ist, war mir relativ klar, dass das passiert. Ja. Wobei, doch, der letzte Zug kann eventuell ... Hab jetzt kommt jetzt keine Part. Nee, das ... Ich hätt auf Ding machen sollen. Nee. Das war grad nicht wirklich ... Ich hätt, ich hätt Ding auf, Ding auf, sehr wohl machen sollen. Sehr wohl? Ja. Nennst du ... So, aber tatsächlich ... In next right, oder? Ja. Ja. So, aber mal gucken. Schauen wir mal, wie der nächste Turn wird. Ja, stimmt, du hast auch noch zwei. Wenn ... Wenn ... Wenn jetzt ... Wenn jetzt ... Full Para auf ... Ähm ... Ding. Wenn ... Wenn ... Selber jetzt ... Ähm ... Full Para ist. Hm. Ähm ... Ähm ... Wenn du kriegst vom Endings raun. Das ist auch sicher, ja. Okay. Ich wollte nur das Feld auch stallen. Der Feld ist doch gar nicht mehr da. Noch ist es da, oder? Nee. Nee, das ist gar nicht mehr. Scheiße. Ist weg. Huch. Huch. Naja. Zumindest hab ich den Meteor gestreckt. Ich hab ja eh ... Ich hab ja eh Meteor auf den drauf gehabt. Ich hab ja ... Sucker Punch auf den. Hm. Es kann halt Catapultra wenig ... Relativ wenig machen. Glaube ich. Müsste sehen. Ziemlich. Unterschätztes Ding nicht. Problem ist ja auch, dass mein Ding nicht viel machen kann. Ich hab keine Rona. Hm. Stimmt, du hast aber noch deine Diner, ne? Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich das gewinnen kann. Ich glaub nicht. Und ich hab noch einen Sucker Punch drauf. Ja, gut. Na stimmt, der Rain sollte das reichen. Bei der Range könnte das reichen. Ja, weil gegen Catapultra in der Range, das natürlich reicht das. Naja. 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 Puh, das sah tatsächlich vor dem Ende gar nicht mal so schlecht für dich aus. Aber der ... Aber ... Dass ich hier an Ego und ... Dass ich vor allem ... ... ähm ... ... Ding grad noch ein bisschen ... ... gestützt habe. Also ... ... Cinderace ... ... kann in dem Fall ... ... ... ... ... ... Ich hätte aber das in Raze auch direkt töten können am Anfang. Da hätte ich halt keinen ... ... keinen Drachentanz gemacht.